Der Bruchteil eines Miligramms und alles ist anders. Ein Molekül, das unsere Wahrnehmung verändert. Wer es einmal erlebt hat, wird es nicht mehr vergessen. Ich war immer überzeugt, Elisabeth, das kommt noch, seine richtige Anwendung. Das kann nicht untergehen, das ist unmöglich. Wenn du nicht gehört hast, du wirst. Es ist nicht immer schön, dass ich... Elisabeth, ich weiß nicht, Elisabeth. I can see through the walls. My first LSD experience was extremely powerful. It really completely changed my life professionally and also personally. And I said, you know, this is by far the most interesting thing you can do when you are a psychiatrist. You study these non-ordinary states of consciousness. So this is what happened in the last 50, over 50 years. Was das LSD macht, die ganze Mechanik besteht darin, dass unsere Sinne verstärkt werden, enorm verstärkt werden. Dann sehen wir die Welt anders. Das LSD macht, die ganze Mechanik besteht darin, enorm verstärkt werden.